Hallo TheNosyRosie, hier ist Amy, euer Donnerstag, heute mit einer leider etwas traurigeren Nachricht. Ich schaffe es aus zeitlichen Gründen nicht, jeden Donnerstag zu posten. Hey, ich habe auch eine positive Nachricht. Wir haben ein neues Mitglied für den Freitag, das ist die Dunja. Ja, und da ich nur noch als halbwertiges Mitglied zähle, suchen wir auch Ersatz oder Verstärkung. Nein, wir suchen keinen Ersatz, wir suchen Verstärkung für den Samstag und den Sonntag. Also, wenn du dabei sein möchtest, dann postest du mir eine Videoantwort oder eine, ja doch, du postest unter dieses Video eine Videoantwort als Bewerbungsvideo, in dem du dich kurz vorstellst, vielleicht etwas über dich erzählst, deine Einstellung, wie du so drauf bist, einfach mal ein bisschen schnacken, damit wir uns ein Bild machen können und dann werden wir dich informieren, wie das weiter verläuft. Ja, warum ich es aus zeitlichen Gründen nicht schaffe, wie ihr natürlich nicht wisst, ist so ein Video dreht ziemlich aufwendig. Eigentlich habe ich heute auch schon ein Video außerhalb dieser Wohnung gedreht mit dem Camcorder. Allerdings waren es so viele Takes, dass ich nicht mehr durchblicken konnte, wo ich dort schneiden muss und was ich gesagt habe. Plus, dass noch eine neue Nachricht reinkam, nämlich, dass Dunja aufgenommen wurde und unser Freitagskind wird. So ist quasi die ganze Arbeit umsonst gewesen. Und jetzt schneide ich einfach nur nochmal neu und mache da einen One-Tag draus. Es tut mir sehr leid, dass ich da jetzt nicht sonderlich viel mehr investiere. Ich muss auch gleich zur Arbeit und muss los. Ja, also Laura, Cassandra, Jen und Dunja und ich suchen Verstärkung für den Samstag und für den Sonntag. Schickt ein Bewerbungsvideo. Ansonsten habe ich für heute auch nicht sehr viel mehr zu sagen, da ich ziemlich genervt bin von der ganzen Aktion gerade eben. Bloß, dass mein Rechner etwas abgekackt hat und ich etwas aufgewühlt bin und ich jetzt zur Arbeit muss. Ich bleibe euch erhalten. Ich bin nicht ganz weg. Der Donnerstag soll immer noch mein sein. Aber ich schaffe es halt nicht, jeden Donnerstag zu posten. Ich gebe mir natürlich unglaublich viel Mühe, aber wie einige von euch wissen, habe ich auch einen Hauptchannel und das wird auch weiterhin mein Hauptchannel bleiben. Das ist Diamond of Tears und selbst da fällt es mir schon sehr schwer, wöchentlich Videos zu posten, weil wie einige von euch wissen, habe ich mehrere Jobs und die kosten mich irgendwie Zeit. Plus das ganze Schneiden und hin und her. Das dauert auch. Ja, wenn ihr die Erfahrung machen möchtet, wie das ist, dann bewerbt euch doch jetzt einfach mal mit einem Bewerbungsvideo. Bleibt rosig. The Nosy Rosie. Eure Amy. Bis demnächst. Peace out.